Wir befinden uns wieder auf den virtuellen Schlachtfeldern von Armored Warfare, damit herzlich willkommen zur Operation Rotes Opossum. Ja, die Verteidigung der Kreuzung muss gegeben sein, der Kontrollturm muss auch verteidigt werden und die Schiffsflucht sichern, naja Öltanks sabotieren. Das sollte wohl dann mein Part werden, schätze ich mal. Ich bin ja mit meinem 5er FV271 Foxshark in einem nicht so schönen Matchmaking, aber naja, sollte doch trotzdem hoffentlich funktionieren. Dann decke ich da ein bisschen was auf und kann ja vielleicht da ein bisschen für Schabernack sorgen. So, nachladen. So, jetzt bin ich hier dem anderen in den Schuss gefahren, ist mir jetzt aber egal. Und jetzt sieht man schon das Problem, was ich habe, dass ich hier nicht gut einstecken kann und gerade in dem 8er Matchmaking mit 4 oder beziehungsweise auch da 9er Gegner sogar, muss ich echt aufpassen. So, dass ich hier nicht ganz schnell ganz, 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 ganz tot bin. Er hat es aber auch jetzt, jetzt war ich doch klar in der Rückwärtsbewegung. Also vorher bin ich in den Schuss gefahren, aber jetzt gerade, da muss ich sagen, naja, weiß ich auch nicht so ganz. Aber ich bleibe hier auf jeden Fall mal defensiver jetzt, bleibe hinter den Jungs stehen. Jetzt kommen die da hinter uns. Ich habe schnell mal mein Reparaturset genommen und ziehe mich da zurück. Weil das geht hier sonst ganz schnell in die Binsen. So, die zweite Rakete auch noch schnell raus. Jopp, hat geklappt. So, du musst auf dem RK war da auch noch aufpassen. Das wird mal eine taktische Runde hier eher. Oh, 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 zurück, zurück, zurück. Ich will hier gar kein, ich will hier echt nicht sterben. Ich will das echt knallhart durchziehen. Das müssen die Jungs einfach hier. Dann klar machen. Oh, zerstört. Sehr gut. So, die Rakete wird geladen. Das wird auch neu geladen. Also wie gesagt, am Anfang war ich vielleicht ein bisschen zu offensiv. Ich habe es einfach unterschätzt. Aber man sieht ja, das geht schon. Man muss nur einfach dementsprechend... Oh, ich hasse Reifen. Also hier im Spiel im Sinne von die Manövrierbarkeit habe ich jedes Mal immer wieder aufs Neue ein Problem damit. Sehr gut. Der hat in die... ins Gras gebissen. So, ich lade mal... lade mal schnell wieder nach. Und da fahre ich jetzt definitiv nicht vor. Den spotte ich lediglich und den könnte ich jetzt auch mal markieren. Jetzt kriegt der nämlich schön Damage. Sehr gut. Der geht erlief... Die Markierung lief sehr, sehr gut. Sehr anständig. Und ich bleibe hier bei meinen Jungs. Das ist übrigens eine sehr schöne PvE-Runde. Also die gefällt mir vom Anspruch her wirklich gut. Aber wie manövrierfähig das Ding ist, ist schon Wahnsinn. Den schnell mal einheizen. Der hat mich jetzt noch nicht im Fokus. Genauso. Oder der. Das kriege ich aber nicht mehr auf die Artie drauf. Das gibt es doch nicht. Wie doof ist denn das Frack stehen geblieben? Naja. Jetzt kann ich nicht schießen. Ah. Und da war... Entschuldigung hier für die Zerstörung. Das war natürlich jetzt nicht so gewollt. So, da kommt der MBT. Ich lade schon mal die Rakete. Komm, noch ein Stück. Naja. Alles gut. Ist zerstört. Den habe ich dafür satt getroffen. Und ich bin hier auch schon mal in dieser Mission ordentlich aufs Maul gefallen mit einer zu schnellen Vorwärtsposition. Dementsprechend... Waaah. Bloß weg. PL01. Na, Gott sei Dank bin ich hier so flink mit dem Ding. So, kriegst du... Nein. Wo gingen denn die hin? Die hat dann aber wenigstens gesessen. Sehr gut. So soll es sein. Die Elle zerstört. Was kommt da hinten noch? Boah, ein Leo. Klar. So ein ganz kleines Ding. Kleiner... Kleiner Hauer. Ja, da hat er auf mich geschossen. Ich muss hier weg. Das ist gar nicht meine Kragenweite. Raketen sind mittlerweile alle weg. Feindlicher Transporter, markiert. Laden, AP. So seitlich mal ein bisschen drauf. Und ja, ich könnte auch wieder mehr markieren. Das habe ich so ein bisschen... Ich bin echt konzentriert. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Aber ich bin hier auch mehr mit Flüchten und sonstigen beschäftigt. Und dementsprechend habe ich das Markieren gerade nicht so im Fokus. Aber es schaut bisher sehr, sehr, sehr gut aus. Also von dem her... noch nichts zu bemerkern an dieser Runde, würde ich mal sagen. So, und vielleicht kann ich da jetzt noch was aufdecken, um hier dann da nochmal mir den Spotting zu holen. Mach den weg. Ja, sehr gut. Und da ist die Runde auch schon beendet. Ja, es tut mir leid, dass ich vielleicht gefühlt ein bisschen weniger gesprochen habe als in manch anderem Let's Play. Aber hier mit dem Fünfer, mit Siebener-Panzern gegen Neuner und Sonstiges. Das ist schon ganz schön happig. Und ich muss sagen, ich habe da alles zusammennehmen müssen. Und ihr habt ja gesehen, wie früh ich schon das PVE-Set zünden musste. Einfach nur zur Sicherheit, dass die Runde dann nicht ganz in die Bündnis geht. Hätte dann ja doch ohne geklappt. Aber in dem Fall, sicher ist sicher. Und ich denke, die Runde war sehr schön mit einem sehr schönen Panzer. Also gerade diese schnellen, kleinen mit Raketen. Und schnell schließenden Kanonen. Die mag ich immer sehr gern. 7.000 Schaden, 4.000 Spechschaden, 11 Assists. Bin leider auf dem letzten Platz gerutscht. Aber wie gesagt, ich stehe dazu mit einem Fünfer. Darf das auch mal passieren. Und habe trotzdem ein schönes Netto mit 68.000 rausbekommen. Mit Premium wäre es sogar noch deutlich mehr gewesen. Ja, das war es dann von dieser Runde Armored Warfare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst, euer Alcaramba.